Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf dem TSF eSports Kanal. Weil viele von euch sagen, dass sie unsere Turniere faken oder dass unsere Turniere fake sind, habe ich hier ein paar Beweise, dass unsere Turniere nicht fake sind. Schaut selbst. So, jetzt hat es funktioniert, moin moin. So, warte, welchen scannen willst du? Soll ich kurz den ganz rechts, ganz rechts, dieser Motorfahrer mit dem Glücksbrunnen. Der heißt Glücksraser. Ganz rechts? Soll ich, oder ich weiß nicht, dass man die ganz rechts ist? Hä, der ist, ah doch, da, 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 okay, perfekt, perfekt. Ich warte. Junge, zuerst hat es irgendwie, keine Ahnung, einen Fehler gegeben, Junge, und dann habe ich Fortnite neu gestartet, dann war das Geld doch drauf, Junge, und dann bin ich wieder reingekommen, dann habe ich es gekauft, Junge. Warte, ich muss dich kurz suchen, Junge, nicht, dass ich dem falschen Marcel schenke, weil ich halt zwei Marcels habe. Warte, hier, also M-X-X-C-E-L, unterstrich und dann diesen, ja genau, perfekt, hier, fortfahren. So, hab's geschickt. Die Ehrenmann. Hast du es bekommen? Die Ehren. Ja, hab ich. Perfekt. Wie sieht es in den Augen? Mein Land? Oder hast du ausgeklärtet? Kannst machen. Okay. Also ich hab das jetzt kurz, ich hab das kurz jetzt aufgenommen, so wie ich es dir geschenkt habe, die Stars mit deiner Reaktion und alles. Ich hoffe, ist kein Problem für dich. Alles gut. Okay, gut. Hi. Hallo, hallo. Ey, willst du auch noch kurz was aus dem Shop, kann dir auch was geben. Also dein Kollege gibt dir ja noch was, aber ich kann dir auch noch was geben, wenn du willst. Ne, ne, passt. Nein, wenn du willst, kann ich dir was geben, ich hab noch 1800 V-Bucks. Hat jetzt nicht übertrieben viel, aber ich kann dir noch was geben. Nein, 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 brauche ich nicht. Hast du keine Mode oder eine Spitzhecke oder sonst was, also zum Beispiel diesen, ähm, Hund da, Klebeauftrag, Beauftragte? Ne, brauche ich nicht. Okay. Hallo. Hi. Ich war kurz Dings. Ähm, YouTube schauen. Warte, kommt dein Mate auch noch, oder? Der ist schon den ganzen Tag AFK. Mach mal, mach mal. Ich wollte euch eigentlich beiden am gleichen Tag geben. Warte, welchen uns gehen willst du? So. Ist das dein dritter? Äh, den... Warte. Also der dritte, beim dritten Dings? Stille Schweigen heißt der. Ach so, Stille Schweigen. Okay. So. Du willst den wirklich? Ja. Okay. Nein, nicht, dass du dann sagst so, ne doch nicht den. Ich finde den schon geil. Den hab ich selber auch klar, ne den hab ich nicht. Ich dachte ich hätte den selber... Okay, ich muss kurz suchen. Ich hab so viele Leute angenommen. Hier. Da. Hey, kann man keinen Text mehr schreiben? Keinen. Ja. Okay, danke. Bitte. Also genau den gleichen Skin, ne? Mhm. Das Geschenk geben, warte ich mal zu suchen. Ich war Haare schneiden, es juckt alles. Und die Shadow. Warum kann man jetzt nichts mehr dazu schreiben? So läuft. So. Aha. So. You're little. To you. Demonstitäts. Yhin Orang. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hört auf damit, zu denken, dass unsere Turniere fake sind oder aufhören zu haten. Haut rein Jungs, bis zum nächsten Video. Ciao.